T-Bar Rover der Lagerhandel. Finde deinen Stack, atme einmal aus, schaust du nicht ins Rückholz kommst, hole die Position, Handel weg vom Boden, full range of motion, Arme ganz nach unten strecken, schneller wieder gleiten auseinander und oben wieder voll zusammenziehen. Fuß innenkanten belasten, nicht die Füße nach außen drücken. Untere Rücken bleiben in der gleichen Position. Oben aufmachen, reachen, wieder anziehen, reachen und wieder anziehen. Keine Extension in der LBS.